Beim Thema Inklusion liegt Baden-Württemberg bundesweit unter dem Durchschnitt. Das hat eine Untersuchung der Bertelsmann Stiftung ergeben. Demnach besuchten nur 28,7 Prozent der Kinder mit Förderbedarf im vergangenen Schuljahr eine allgemeine Schule. Bundesweit lag der Schnitt bei 31,4 Prozent. Besonders in den Klassen 5 bis 10 sei Inklusion immer noch eine Ausnahme. Im Südwesten gilt dabei, ähnlich wie im Bund, je höher die Bildungsstufe, desto geringer die Inklusionsquote. Untertitelung des ZDF, 2020